Moment mal, ist das das größte Steak, das Sie haben? Viereinhalb Pfund? Ich hab gedacht, wir befinden uns hier in einem Steakhaus und nicht auf so einer verblödeten rosa Unterhosendäckchen-Tee-Party für kleine Mädchen. Moment, es gibt ein Steak, das nur auf besonderen Wunsch serviert wird. Wir nennen es Sir Landelord. Es hat die Größe eines Surfbretts. Oh gut, das nehme ich. Und zum Trinken? Fleischbällchen.